Hallo du, hallo Annabelle, hallo meine Süßen. Ähm, ja, wir waren gestern ein bisschen zu lang unterwegs. Deswegen sind wir draußen einfach zusammengebrochen. Hm, wow, wow, wow. Und ja. Heute haben wir wieder eine Menge Sachen mitunter, eine Einweihungsparty. Und das ist die 144. Folge. So, gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Das muss hingekriegt werden. Und wir haben noch von gestern, wir sollen Förderbänder herstellen. Ah. So, wir müssen mal gucken, wie da. Förderbänder. Das war doch hier ein... Ich muss mal gucken. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel gegeben. Oh, ich verstehe jetzt auch, warum. Oh, nein. Oh Gott, wir brauchen da so viele. Lagerung 6 können wir theoretisch herstellen. Guck mal, Stahlkabel haben wir ja schon. Ach, das ist halt auch so schlimm, weil wir nicht nur einen herstellen müssen, sondern, ja, gefühlt eine Million. Oh, Stahlkabel. Oh, Stahlkabel. Davon hätten wir theoretisch schon genug. Davon brauchen wir drei. Wie soll ich denn das machen? Brech das mal ab. Abbrechen und dann... Wir brauchen hier auf jeden Fall mehr. Das hält man nicht mehr aus. Das geht nicht mehr. Das sind einfach so wenige Sachen, die für uns arbeiten. Aber wenigstens haben wir genug Holz. Holz ist schon mal gut. Hm, danke. So. Was sind die Katze? Da, 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 da. Da müssen wir jetzt gut abschneiden. Noch ein Fehler. Seht ihr ihn? Da. Da, 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 da. Das haben wir alle auf einem Bild gesehen. So. Oh, immer diese vier Fehler. Als ob zwei nicht reichen würden, das zu erledigen. Aber ja, wir sollten nicht meckern. Ich meine, das bringt uns voran. Sah so aus. Als ob es ein bisschen breiter wäre. Da ist ein vier. Ja, ich bin wieder auf Platz eins. Das ist doch super. Ich meine, dafür gibt es aber auch massig Gold am Ende bei der Quest. Wir sollten uns also dran machen, dass wir die einfach am Wochenende erledigt bekommen. Und ja. Gucke ich nochmal, ob ich die Katze hier unterwegs irgendwo rumson sehe. Oh Gott, da ist Remington. Den können wir auch nochmal eine Rose überreichen. Wir spielen hier immer Bachelor. So, hier. Du hast eine Rose für mich. Du kriegst eine Rose von mir. Ja, warte. Wenn ich die Rose finde. Da ist sie. Gerne. Du hast einen Freund in mir. Nein, mit dem wollte ich gar nicht sprechen. Ich wollte hier einkaufen gehen, damit ich nicht selber farmen muss. Ha. Du hast einen Freund in mir. Da ist die Einweihungsparty. Können wir da einfach irgendwann auftauchen? Oder findet die an einer bestimmten Uhrzeit statt? Wir gucken mal. Mission. Nee, scheint einfach heute irgendwann stattzufinden. Wir sollten uns also mal hinbegeben. Du hast einen Freund in mir. Na ja ja. Du hast einen Freund in mir. So, Seile. Ja. Stell die nochmal her, bitte. Wir brauchen davon mehr. So, jetzt kann ich auf jeden Fall den Soldat mit Axt herstellen. Wir stellen jetzt nach und nach alle her und dann tun wir die schön ins Museum bringen. Okay. Und jetzt gehen wir mal zu der Einweihungsparty. Wo wir noch eine Haltestelle bauen müssen. Ach ja. Aber immerhin. Was ich nicht verstehe, so normalerweise würde es doch ausreichen, wenn man da einfach so ein ganz gammeliges Schild hinmacht. Mit Haltestelle. Ich meine, wenn hier mal eine Ausfall ist und die Haltestellen verlegt werden, dann steht da auch einfach nur so ein Schild. Mit Haltestelle. Das muss man doch jetzt nicht so, wo man sich draufsetzen kann. Und ja, man muss ja nicht alles perfekt bauen. Direkt am Anfang. Aber nein, hier verlangen sie einfach, wenn sie eine Haltestelle in Auftrag geben, dass ich die halt innerhalb von, weiß ich nicht wann, hinbaue. Aber da freue ich mich. Einweihungsparty. Und ich bin voll der Fan von heißen Quellen. Aber mögt ihr heiße Quellen, Leute? Meine Süßen. Töf, Töf, Haltestelle. Moment. Okay, die war wohl doch um eine bestimmte Uhrzeit. Heiße Quelle für eine Person kostet, ja. Ich geh da mal rein. Ich will mal gucken. Was ist das? Ein Boot, was nicht untergeht, aber was Wasser da nisst. Das ist ja voll cool. Das ist ja mal richtig cool, Leute. So, ich geh nochmal zurück und guck mir an. Oh Gott, ey. Guck mal, Riemen. Benzin aufgebraucht. Oh, ja. Das dürfte kein Problem sein. Qualitätsleder. Was brauchen wir denn da alles? Okay. Wir brauchen Gummiriemen. Ganz, ganz viele. Gummifrucht und Qualitätsleder brauchen wir da. Feines Fell brauchen wir dafür. Das wird ja kein Problem sein. Guck mal. Feines Fell können wir auch herstellen. Wenn. Wir machen einfach hier die feine Felldinger. Tanken das nochmal auf. Dann kann das so laufen. Hoffentlich. Und hier können wir dann Hartholz-Dielen brauchen wir noch. Vier. Hartholz-Dielen. Ja, machen wir direkt zehn. Ich meine, was soll der Geiz? Hat der eh jetzt gerade nicht so... Müssen wir nochmal gucken. Fünf Stahlrahmen haben wir. Ich meine, wir brauchen eh fünf Szenen. Weit davon abgesehen. Aber ja. So ist die Illusion da, dass wir... weiterkommen. Lagerung. Was brauchen wir für die Lagerung? Kupferbahn? Nein. Zinnligierung. Okay. Das kriege ich auch hier hin, oder? Also... Äh... Ja. Muss ich dich mal abbrechen lassen. Und erst mal die hier fertigen. Drei Tage, ey. Auftanken. Immerhin, davon haben wir eigentlich genug. Es kann also immer... in Arbeit... gesetzt werden. Ah, ja. Gucken wir nochmal... kurz, was wir hier so... Gummiriemen. Davon brauchen wir noch Hartholz-Zielen. Okay. Wie lange geht das? 20 Minuten. Dann können wir da ein neues herstellen. Sekunden meine ich, nicht Minuten. Doch, Minuten. Eigentlich Minuten. Aber ja, das... Da-ba-ba-bap. So, Soldat mit Klinge wird dann auch direkt hergestellt. Die Hartholz-Zielen brauchen noch ein bisschen. Oh. Feines Fell ist auch hier richtig... Toppie. Gummiriemen. Ja, das... Das kriegen wir alles durch ihn. Hoffentlich. Wir könnten noch ein paar Pigmente kaufen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal... auf volle Kanne alles... kaufen. Ich meine, wir kriegen ja auch eine Masse... wohl wieder raus. So ist es ja nicht. Das geht ja nicht verloren. Dann könnten wir nochmal die anderen Leutchen besuchen. In der Hoffnung, dass... Guck mal. Guten Abend. Ich hätte gerne alle. Wir brauchen die immer wieder, also... Ein Micken. Hallo. Haben wir ihnen schon ein Geschenk? Ja, heute haben wir ihnen schon ein Geschenk gegeben. Wir könnten wieder ins Museum ein Ausstellungsstück reinhauen. Oh, ist ganz schön groß. Weil das sind ja vier. Packen wir die da hin. Sieht ja süß aus. Gucke ich nochmal hier rein, ob ich irgendwas... Das habe ich nicht übernäht. Wie viele haben wir jetzt? 14. Was kriegen wir denn da noch als Belohnung? Ist jetzt nicht so dolle. Målingbahn? Was? Ah, ich hoffe mal, die gehen noch ein bisschen gucken. Ist schon 17 Uhr. Aber Missionen waren ja alle so gel. Das ist... Durch... Fast durch. Ja, wir sind also auf jeden Fall auf den richtigen Dampfer, wenn man das so sagen kann. Ich gehe nochmal gucken, ob ich noch ein paar Sachen zusammenfummeln kann. Weil es dann wieder so spät wird. Aber... Ja, wir müssen halt ein bisschen uns dran halten, dass wir die Sachen durchkriegen. Möchtest du ja bestätigen, damit wir neue Sachen haben? Geh direkt mal hinten durch. Energielampe brauche ich nicht mehr, oder? Ja, also... Soldat mit Klinge. Haben wir auch. Leistungszentrum. Wo ist denn das? Leistung... Teil 1 können wir gebrauchen. Nein. 5. Soldat mit Scepter. Können wir das auch gebrauchen? Ne. Ne. Ich verwechsel die beiden immer. Teil 1. Leistungszentrum. Brauchen wir noch Teil 2? Soldat mit Klinge. Ne, Klinge haben wir durch. Teil 5. Da haben wir auch durch. So. Wunderlampe. Soldat mit Axt haben wir auf jeden Fall. Aufnahme. Da. Die können wir uns sichern. Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen, aber... Ich will die Aufnahme auf jeden Fall alle haben. Was ist denn da? Soldat mit Lanze. Ne. Da brauchen wir zwei. Hab. Hab. Noch mal kurz hoch. Von oben habe ich einen besseren Überblick. Das ist aber nur so ein Soldat mit Axt. Brauchen wir nicht. Da soll mal jemand durchblicken. Nee, da will ich nicht noch mal runter. Lass uns erst mal hier gucken. Härtungsflicken. Eine Waschmaschine. Haben wir eigentlich schon mal gesehen. So, dann mit Klinge haben wir schon. Lanze, Teil 1. Teil 2 brauche ich. Billiges altes Spielzeugboot. Wir gucken mal, dass wir das bekommen. So. Einfach Schaltkreise. Soldat mit Lanze. Ja, Teil 3. Aber wir brauchen Teil 2. Ich glaube, es ist halt einfach wieder so spät. Scepter. Da. Teil 5. Teil 5. Teil 5. Teil 5. Teil 5 ist auch fast. Wir sollten uns wirklich gleich auf die Suche nach Hause weg machen. Die Suche wollte ich schon sagen. Soldat mit Klinge haben wir... Ja. So, ich gehe dann mal raus. Ich habe für heute nicht so viel gefunden, aber ja. Wir brauchen halt noch auf jeden Fall die beiden. Aber wir, ja. Er hat heute wieder geschlossen. Oh. Es ist auch schon wieder so spät. Bitte lass mich ins Bett. Annabelle, lauf! Ich wünsche euch dennoch auf jeden Fall eine kurze Nacht. Oh, meine Süßen. Ich freue mich, dass ihr immer zuschaut. Ja. Bin ich total begeistert von. Guck, mein Hund springt mich auch an, wenn ich nach Hause komme. Das solltet ihr auch machen. Tschüss, Leute. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.